So Leute, äh, viertes Game der FlexQ-Superplacement-Geschichte. Wir zocken Leona. Und ja, mal schauen. So, beide bekommen wir es natürlich, übel krass. Sehr gut. Ah, das Netz. Wenn das getroffen hätte, wäre es so gut. Weil das ja nochmal übelsten Schaden gibt. Okay, der wurde einfach nur komplett gefischtet. Zu nett für den Ausdruck. Aber es ist einfach die Truthness. Ja, das hat man schon so. Got it. Bis zum nächsten Mal. Das war schön. Okay, Kate ist mitgekommen. Das ist ganz nice. Oh. Wie haben die das? Ion Cannon activated. Der wird es einfach nur getankt für Meister haben. Das war halt super groß. Das war besser. Die können da oben schon ein bisschen nerven. Aber ich bin jetzt halt super tinkig. Ich glaube, ich kann das halt nicht. Der Baron-Schrei hat das Spiel beendet. Aber müssen da schon gehen die Gegner. Aber auf jeden Fall diesmal ein bisschen cooler. Definitiv ein bisschen cooler.